Ich glaube, dass ich meine Familie in den Rand des Wahnsinns bringe. Die Haare sind perfekt. Nicht lustig. Christoph Fliegenzeit 2014 AKC. Damals sind wir auch mit dem Fallboden die Önztaler Arche gefahren. Alles mit bloßem Oberkörper und ohne Sturzhelm. Hochtrabend, wir haben einen Bundespräsidenten, also braucht der AKC natürlich auch einen Präsidenten. Es war niemals ernst gemeint. Dann sind wir einfach nur noch um unser Leben gepadelt und Lukas hat es leider nicht geschafft. Wir haben damals ja auch schon ganz viel in der WG über den Tod gesprochen. Wie ist es, wenn jemand von uns sein Leben auf dem Fluss lässt? Aber das war Theorie. Ich mag nicht wissen, wie viel brenzlige Situationen durch AKC-Ausrüstung zum guten Ausgang sind. Das erfährst du ja nie.